Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video werde ich 10 häufige Probleme erwähnen, die bei Chrysler PT Cruiser Fahrzeugen von 2001 bis 2010 auftreten können. Nummer 1 Die Wasserpumpe in einigen dieser Fahrzeuge, die mit einem 2-4 Liter Motor ausgestattet sind, neigt dazu, Kühlmittel-Lags zu entwickeln, bevor das Fahrzeug an 130.000 km erreicht und ersetzt werden muss. Es wird empfohlen, beim Austausch der defekten Wasserpumpe das komplette Timing-Kit auszutauschen. Nummer 2 Die Dichtung des Nockenwellensensors neigt dazu, mit der Zeit Öl-Lags zu entwickeln. Und manchmal dringt Öl in den elektrischen Stecker ein und beschädigt den Sensor durch Kurzschluss und muss ersetzt werden. Nummer 3 Die Chrombeschichtung der Originalräder neigt dazu, sich mit der Zeit abzulösen, wodurch das blanke Aluminium freigelegt wird, was zu Korrosion führt. Dieses Problem verursacht ständige Luftlecks aus den Reifen. Um dieses Problem zu lösen, ersetzen Sie am besten die Originalräder durch Aftermarketräder von besserer Qualität, die keine Luftlecks verursachen und dem Fahrzeug ein besseres Aussehen verleihen. Nummer 4 Die Lichtmaschine in einigen dieser Fahrzeuge entwickelt nach 120.000 bis 150.000 Kilometern Ladeprobleme und muss ersetzt werden. Nummer 5 Das Gummimateriell der Motor und Getriebehalterungen neigt dazu, mit der Zeit zu reißen und zu splittern. Dieses Problem verursacht beim Abheben und beim Schalten des Getriebes pochende Geräusche, da der Motor kurzzeitig aus seiner Position hebt und wieder in Position schlägt. Nummer 6 Die unteren Querlenkerbüchsen in einigen dieser Fahrzeuge neigen zu vorzeitigem Verschleiß, der zu Ausrichtungsproblemen und ungleichmäßigem Reifenverschleiß führt und müssen ersetzt werden. Nummer 7 Der Startermotor in einigen dieser Fahrzeuge neigt dazu, einen vorzeitigen Ausfall zu erfahren. Wenn dieses Teil zu versagen beginnt, macht es Klickgeräusche, wenn der Zündschlüssel in die Startposition gedreht wird, aber der Motor dreht sich nicht. Ähnlich dem, was passiert, wenn die Batterie sehr schwach ist. Nummer 8 Der Kurbelwellenpositionssensor in einigen dieser Fahrzeuge ist anfällig für Fehlfunktionen, die dazu führen, dass der Motor während der Fahrt stehen bleibt und muss ersetzt werden. Nummer 9 Dieser Wohlenkungspumpe in einigen dieser Fahrzeuge neigt dazu, mit der Zeit laut zu werden, und es führt auch dazu, dass das Lenkrad schwer zu drehen ist und ersetzt werden muss. Nummer 10 Die Spurstangenköpfe in einigen dieser Fahrzeuge neigen zu vorzeitigem Verschleiß, was dazu führt, dass das Lenkrad-Spiel entwickelt, wenn es von einer Seite zur anderen gedreht wird, und eine ungleichmäßige Reifenabnutzung. Das sind zehn häufige Probleme, die bei Chrysler PT Cruiser Fahrzeugen auftreten können. Haben Sie einen wunderbaren Tag!